Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Gebrauchten. Äh, was solid ist. Kein Problem. Wenn Sie... Otto aus Teller? Ja. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Nehmen Sie noch einen Kaffee. Ja, ich bin gleich wieder da und schauen Sie sich ruhig um. Ja. Ja, ich bin gleich. Ja, ich bin gleich. Ja, ich bin gleich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und, gefällt Ihnen der Wagen? Äh, ich hab's mir anders überlegt. Ich brauche keinen Wagen. Radfahren ist eh gesünder. Ich sehe oben. Das ist doch so eine schicke Karre. Weiß er wohl, Lenkung? Na, Klimaanlage. Über den Preis können wir nicht sprechen, junger Mann. Voll, voll. Gut, gut, gut. Vielen Dank. Vielen Dank.